Hallo zusammen, ich bin Jan Sonntagwald und ich mache derzeit Ausbildung als Fachmann Betriebsunterhalter im Spitalzentrum Oberwallis. Als Fachmann Betriebsunterhalter ist es wichtig, dass man gar in der Natur Oberöden nicht arbeitet. Ausserdem sollte man handwerklich begabt sein. In meiner Arbeit steht der Mensch im Mittelpunkt, weil ich gar anderen Menschen eine Dienstleistung bieten kann. Und euch helfen. Wenn euch der Mensch im Mittelpunkt steht und du Interesse an deinem Beruf als Fachmann Betriebsunterhalter hast, so kommt doch zu Iskoschnupro oder bewirbt euch im Spitalzentrum Oberwallis.